Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf diesem wunderschönen Kanal. Ja meine Lieben, also zu dem Thema Manuel Sin kann man wirklich nur eins sagen. Wenn er was sagt oder einer was gegen ihn sagt, dann stehen erstmal 5000 Koten auf meine lieben Freunde. Also, das war das Wort zum Sonntag meine lieben Freunde. Ja, Manuel Sin kündigt sein neues Album an. Ja, aktuell warten alle auf das Collabo Album Ghetto von Manuel Sin Massiv. Und trotzdem hat der Rohfutter Rapper bereits jetzt ein brandneues Projekt angekündigt. Ja, also es könnte wirklich sich darauf hindeuten, dass wir ein neues Album erwarten werden. Ja, nach den ganzen schlechten Schlagzeilen in den letzten Monaten um den Rapper Manuel Sin, die Scheidung seiner Frau, das ganze Debakel Spektakel mit Animus. Ja, viele haben es wahrscheinlich schon verfolgt in den letzten Monaten. Ja, es wird einigermaßen etwas ruhiger um den Rapper Manuel Sin, denkt man. Aber nein, er plant natürlich auch Musik nebenbei. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte, 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 lasst mir ein Abo da. Bitte unterstützt mich. Ich bin wieder am Start, back für euch, back am Mic. Ja, also, peace and outs.